Okay, hier muss ich den Nebel machen, wenn er das macht. Und zwar so lang, bis er auf mich zugerusht ist. Das dürfte lang genug hinhalten. Ja, ich kann drüber springen, aber sobald seine Dinger wieder zu ihm kommen, macht er so ein... Das heißt, ich könnte eventuell direkt in ihn reinspringen. Das heißt, ich müsste irgendwie auf die Seite... Nein, er würde mir auch... Nee. Ich mach einfach... Bis er... Oder mach wieder... Guter Plan. Bewegungsmuster erkannt. Bewegungsmuster erkannt. Lame as fuck. So, springt er auf mich zu. Springt weg, springt er auf mich zu. Äh, ups. Das wollte ich nicht. Ey, das kommt nicht. Oh, komm doch mal direkt zu mir, Mann. Ey. Oh. Wow, hab ich ihm viel Schaden gemacht. Er macht immer... Oh, das war dumm as fuck. Okay, hier, das funktioniert nicht. Ja, genau. Sprinte weg und block einfach mal direkt erst mal. Okay, hier, bei diesem zweiten Angriff, da kann ich nicht da. Da müsste ich nach hinten springen. Oder nach hinten springen. Das war zu früh. Ey, beim zweiten Mal springt ich immer schon zu früh. Er springt. Zack. Das ist nur ein Kampf von Geduld. Ja. Jo, jo. Das war dumm. Get fucked, bitch. Oh, wie cool das einfach ist. Oh, get fucking wrecked, motherfucker. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam raus. Wie ich gesagt habe, ist nur eine Frage der Geduld. Fick dich. Okay. Okay. Theoretisch könnte ich hier auch die Nebelform einsetzen. Das wäre vielleicht besser. Hey, wir haben ihn. Wir haben ihm schon mehr über die Hälfte des Lebens abgezogen. Und ich habe noch... Get motherfuck, bitch. Nein, das war dumm. Shit. Oh. He must be mad as fuck right now. Ich glaube, ich werde noch mindestens einmal sterben, oder? Ich glaube, ich werde noch ein oder zwei sterben, dann bin ich weg. Fick dich. Das war knapp. Ich will avenge you, brother. Ach, jetzt... Ich habe es vergessen. Ich muss zweimal in die gleiche Richtung springen, sonst funktioniert das nicht. Noch ein Treff und ich bin down. Oh, shit. Jetzt wird es spannend. Oh, get fucking wrecked, bitch. Komm schon. Fuck. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Fuck yeah! Wenn er jetzt nicht cool stirbt, dann bin ich super enttäuscht. Dieser Bastard muss so unfassbar gekillt werden. Das war der Kampf des Jahrhunderts. Den könnte man vielleicht sogar highlighten. Boah. Oh, fuck yeah! Get fucking wrecked, dude. Jesus Christ. Ich habe es richtig gefühlt innerlich. als er den Schädel einfach so... Ich habe es in mir gespürt. Das war... Fuck yeah! Das Gefühl des Siegens. Das Gefühl... Einfach... Okay. Okay, alles klar. Huch! Nice! Cool! Weiter geht's. Das war fast so episch wie damals, als du das Hühnchen gebraten hast. Und auch das mit noch so viel Leben. Mit so viel Leben. Hätte er mich noch ein einziges Mal getroffen, wäre ich tot gewesen. Das fühlt sich gut an. Ach, es fühlt sich gut an, wenn man einen Bossgegner sucht. Ach, das war... Das war cool. Der Kampf hat mir richtig gut gefallen. Das war's für mich.